Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. 32 Spieltag, Mainz verpasst in Heidenheim, Sprung aus der Abstiegszone. Wichtiger Punktgewinn entgeht Mainz in Heidenheim. Der 32. Spieltag, dessen Erwartungen für den 1. FSV Mainz 05 auf allen Ebenen hoch waren, endete mit einer verpassten Chance für die Mainzer. Der angepeilte Sprung aus der Gefahrenzone in der 2. Bundesliga mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim blieb aus. Gleichwohl sorgte die Begegnung in der Feuth Arena für spannende Momente und bot reichlich Diskussionsstoff. Die Ausgangslage vor dem Anpfiff ließ bereits erahnen, dass es sich nicht um ein einfaches Spiel handeln würde. Mainz, auf Platz 16 sitzend, brauchte dringend einen Sieg, um die Gefahrenzone verlassen zu können. Heidenheim hingegen wollte im schwäbischen Duell nach der vorherigen 2-0-Niederlage gegen Hannover 96 erneut punkten und den Klassenerhalt sichern. Die Anspannung auf beiden Seiten war von Beginn an zu spüren. Trotz einer massiven Präsenz der Mainzer in der ersten Hälfte fehlte es an effektiven Abschlüssen. Demgegenüber stand ein Heidenheim, das mit seiner Defensive eine solide Leistung zeigte und immer wieder Nadelstiche setzte. Aus einem dieser Konter resultierte schließlich das 1-0 für die Gastgeber in der 28. Minute durch Denis Tomala, ein herber Rückschlag für die Mainzer. Nach dem Seitenwechsel änderte sich mit der Einwechslung des jungen Mittelfeldspielers Leandro Barreiro etwas in der Dynamik des Spiels. Mit mehr Offensivdrang begannen die Mainzer, sich Chancen zu erarbeiten und in der 72. Minute gelang Stefan Bell der verdiente Ausgleich. Trotz nachfolgender Anstrengungen gab es keine weiteren Treffer. Ein zweifelhafter Elfmeterpfiff, der dem 1. FC Heidenheim in der Nachspielzeit zugesprochen, jedoch von Schlussmann Robin Zentner herausragend pariert wurde, sorgte schließlich für den Schlusspunkt in einer ereignisreichen Begegnung. So endete das Duell mit einem Punktgewinn für beide Seiten. Doch wie wirkte sich dieses Ergebnis auf die Tabellensituation aus? Das Unentschieden brachte keiner der beiden Mannschaften den entscheidenden Vorteil. Der FSV Mainz 05 liegt weiterhin auf dem Relegationsplatz, während Heidenheim weiter im gesicherten Mittelfeld letztlich verharrt. Die Enttäuschung auf Mainzer Seite war nach Spielende deutlich spürbar. Wir haben uns hier mehr erwartet und sind mit dem Punkt nicht zufrieden, äußerte Mainz-Trainer Bo Svensson. Doch trotz des verpassten Sieges machte der Trainer seinen Spielern Mut. Es sind noch zwei Spiele zu spielen, wir haben es weiter in der eigenen Hand und werden alles daran setzen, die nötigen Punkte zu holen. Auch Heidenheims Cheftrainer Frank Schmidt zeigte sich nach der Partie zwiegespalten. Einerseits sichtlich zufrieden mit der Defensivleistung seines Teams, andererseits enttäuscht über das verpasste Powerplay in den letzten Minuten. Der Blick geht nun respektive voraus auf den 33. Spieltag. Während Mainzen 5 ein schweres Spiel gegen Darmstadt 98 erwartet, trifft Heidenheim auf den FC Nordhausen. Beide Teams haben noch alle Chancen und Entscheidungsfälle offen. Ein Endspurt, der Spannung und Hochdruck verspricht. Unabhängig vom Ergebnis hat das Duell zwischen Mainz und Heidenheim gezeigt, dass insbesondere in dieser Saisonphase jedes Spiel, jeder Punkt und jedes Tor entscheidend sein kann. Beide Mannschaften haben diese spannungsreiche Begegnung genutzt, um einerseits auf ihre Stärken, andererseits aber auch auf ihre Schwächen hinzuweisen. Es bleibt spannend, wie die verbleibenden Spieltage gestaltet werden und welche Konsequenzen die Ergebnisse für die kommenden Saisonen haben werden. Fest steht, die zweite Bundesliga bleibt ihrer Reputation als hart umkämpfter Liga, in der jeder jeden schlagen kann, treu. Ein Spiel wie das zwischen Mainz und Heidenheim hinterlässt sowohl bei den Teams als auch bei den Fans ein deutliches Echo und intensiviert die Vorfreude auf die nächsten Begegnungen. Anita Farke, Sonntag, 5. Mai 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.